Vielen Dank. 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 And we will ask you to stay for the whole hour. Because we need some time in order to build the situation in this room. And we are going to use this door from now on. So if you want to live in the middle of this hour, you can use this door and you are going to be asked to give some feedback to us in order for us to improve and become better and learn from your comments. And we are going to be in the middle of this film. And we are going to be in the middle of this room and tomorrow this film is going to be projected on this screen and it's going to be archived. And we are going to be in the middle of this room. So if you have a problem with participating or you know that you will not stay for the whole hour for now, you are sure about it. Or if you have a problem with being fit, maybe we will now need a minute to go and maybe a little in the middle of this room. And we are going to be able to perform better and better. And you are going to be in the middle of this room and waiting for us to be ready to attend. And you are going to be able to see you here. And thank you for helping us, thank you for helping us. And I will be able to do this one. I will do this one. And let you see, thank you for jumping. So, for the concert to start, we will have two teams, divided from that side, which are the questioners, and the replyers who are from the other side. So, these people can only ask questions, and these people can only answer. This side of the room, from the middle, and at the right, are the replyers. They can only reply to questions. And these people, from the left part of the room, can only ask questions. Thank you. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Please, everybody has to speak a little bit louder and as clear as possible so we can all hear. Wow. So why do you make us do it? Why are you making us do it? What did you ask? You have to answer. We're trying to interpret the score. We're trying to interpret the score. We're trying to interpret the score. I am playing. Then you shouldn't answer my question. Okay, true. We're trying to interpret the score. We thought it would be a good start. Tomorrow it's a little better. Like it's not working so far. Because nobody's asking any other questions. Can you repeat the score further? Yeah. The second one? First. So, why? Because it would be a good first step to know it's other better. And it's true. So, who of you is trying to infiltrate this live performance? Who? Who of you is trying to infiltrate this live performance? Or other question. Maybe who of you belongs to the team pretending to be a guest? Do we think? All right, come on. Write a card. Bring us at right, close and twist. Do we think we can distinguish? Vielen Dank. Vielen Dank. Is it for me or for everyone? Does anybody else know? Is it a concert? We have a concert here. What is a concert? A concert. We have to lose it. What was the title? We have to lose it. We have to lose it. We have to lose it. Kann man switch? What do you search in life? Happiness. Knowledge? Living. Espanol. Art. Art. Psoć. People. People. Collection. People. People. Places. Experiences. Are you here with your friends? Yes. Yes. Okay. First time you have a castle. Thank you. When you see the work here outside, the document and the thing that art can save the world, it can change the world. It can change the mind. It takes a while. Thank you. You can think about it. What you yourself think about some things like environment and in this case democracy. What's for you? To democracy. So yes. Maybe. When we are individuals and we change by ourselves, after a lot of time, everybody change. And the world change. will be the work here. When we are at the same time, everyone knows that the world is very comfortable. Does it mean to be a comfortable market? Error. Use it for the house. Each year. Vielen Dank. I'm Danai and I'm from Greece. Danai. It's, yeah, it's, I don't know, it's tricky. My name is Lee and I'm from Belgium. Soy Andres y vengo de Colombia. Ik ben Lili en ik kom uit Hasselbaan. My name is Sabine en ik kom uit België. Ich heiße Ulrike und komme aus Deutschland. I'm Catarina and I'm from Portugal. Schumme de anglischste Frosse. Ich heiße Antje, ich komme aus Deutschland. Ich heiße Stefano und bin aus Münzen. Ich heiße Renate, ich komme aus Deutschland. Ich heiße Franz, ich heiße Italien. Ich heiße, ich heiße Italien. Mein Name ist Christin, ich heiße Italien. Mein Name ist Jogeno. Mein Name ist immer ein liebem Kaffee. Wenn er es nicht in der Entdeckung kommt, dann kommt er in die Schlauhe. Und da geht es bei dir. Mein Name ist immer ein liebem Kaffee. Mein Name ist immer ein liebem Kaffee. Mein Name ist immer ein liebem Kaffee. Mein Name ist David. Ich bin von Kaffee. Ich bin von Kaffee. Mein Name ist Peter und ich komme aus Belgien. Ich bin von Kaffee. Ich bin von Kaffee. Mein Name ist Morios und ich bin von den Netherlands. Ich bin Bianca. Mein Name ist Bianca. Ich bin von Holland. Deutschland. Nein. Ich heiße Ursula und komme aus München. Ich bin Sebastian von Munich. Do you believe me? Yes. Martina. Hier aus der Gegend, Deutschland. Ich bin Alex von Germany. Ich bin Julia. Und ich bin Janis von Griechen. Konstantin. Und ich bin von der Tat. Ich bin die Tatjewin. Ich bin die Tatjewin. und die Pläne, dass sie in den Korn kommen werden können? Böden und vielleicht trinken? Was denkst du? Wir können trinken. All wir können imaginieren ist, wir können trinken. Wir können trinken. Was würdest du in dieser Runde vorstellen, das ist ein schönes Raum für uns zusammenzubringen? Was würdest du in dieser Runde vorstellen? Ich meine, es ist ein wirklich cool Raum. Es ist großartig. Wir können viele Pläne machen. Pläne. 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 Ich glaube, es ist ein bisschen drastisch. Wenn wir in der Space gehen, wir können eine Ein-on-One-Conversation haben. Ich habe noch Fragen. Auf der Exhibition? Ich habe noch Fragen. Ich habe noch Fragen. Ich weiß, was Sie wollen? Vom Okay, wo Sie funktionieren? Sie sollen mit der Einleitung einpacken? Ja, da sind Sie wirklich. Ja, das sollten Sie bitte. Die Chat... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. He's the invigilator. Vielen Dank. Can you propose something for how to go on? Because you're watching, as I see. Shouldn't we cut this? And by asking them, is that a way to socialize all together or what? Or maybe we can ask him, okay, what did you get from the socialize? Can we do something collected? So now we just put people together, so no one can hear anyone? And this is, I don't think this is the way that we collectively can figure it out. Like, it doesn't make this social dissonance. This is dissonance. That we all speak all together and no one listens. And like, we make small circles and it doesn't make sense. Can we socialize in a more... So you have to make a circle because people are talking. Perhaps someone can sing with us. I don't know where you're singing. Who is there? There's a nice movie, I don't know if you know it. You know it? You know it? We in Himmel. und die Menschen singen, und sie haben die Erinnerung, dass die Musik von überall herkommt. Ich kann nicht besser erklären. Es ist nur eine Idee. Die Menschen sind nicht so glücklich. Sie sind nicht glücklich mit unseren Weg? Nein, nein, wir haben keine Idee. Ja, 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 so every suggestion is true. Vielleicht jemanden kann zu singen. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, was du? Wer kann singen? Haben Sie eine Erinnerung? Haben Sie Internet? Wir können Karaoke machen. Vielleicht haben wir ein Mikrofon. Nein, ich kann nur ein Sound. Sing! Nein, ich kann es folgen, weil ich nicht... Sing ist Pascha. Nein, aber ich weiß nur, wie, die Kinder. Das ist okay. Okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. One, two, three. Ja, ja, ja. Quando, wenn? 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 Wohre. 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 When? Mio, 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 cuando tienes hambre, cuando tienes frío, la mamá le trae el maíz y el trigo. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Potentially moving and important. Thank you. I actually don't like this exercise. Do you have a suggestion? Yeah, actually what makes me uncomfortable is that I cannot listen to each person's contribution and I feel that everybody has to immediately start copying and cower up the voice of whoever came up with that idea. When I count to three, we all say ha. One, two, three, ha! One, two, three, ha! One, two, three, ha! Again! Ha! Ha! Five, six, four, 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 three, ha! 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 Ich will nicht sagen, wenn ich ein Exercise mache und wenn ich den Körper mache, ich möchte, wenn ich den Körper mache. So, ich starte mit den Händen. So, ich fühle mich an, wenn ich den Körper mache. Und ich will den Massage in den Händen. Ich hoffe, ich werde dich durch. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Maybe everybody can close their eyes again and try to just feel the allergies in the room, the smells, the little sounds for a few seconds. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I would suggest that everybody who wants to change places. Thank you. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 As a way to explore the dissonance that exists between the individual narcissism that capitalism promotes and our social capacity between how we conceive ourselves as free individuals with agency and the way that we are socially determined by capitalist relations. So I think we kind of have to build up collectivity, what we did by singing, but at the same time some people did not feel comfortable, as you said. I think it was really nice when you said that you did not like it, because you really, I got the point from your face, but you still were not instrumentalized by us all singing and doing it. I think that was a really good thing. It's really important in our society that people speak up to what they don't like and they don't feel like it. Yeah, and I want to say some really smart words, but I also don't know now what to say and I'm getting really wet and it's really hot. So I think it's really important for us or what is important for me at the moment is, I don't know that we stay at peace. I don't know what to say, but I think it's really important for us to say that, but I feel that many people are scared from women who are wearing a lot of dresses and that's annoying sometimes. Because when they want to wear it, it's their choice as well. Maybe a discussion about that. I think it's everywhere in the news. People here in Germany, they say, well, you have to show your face and blah, 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 blah. And, but I have Muslim friends and we were talking about what they are wearing and they said, oh yeah, my husband always says I have 300 of them. I should stop wearing those or stuff like that. I think that was kind of funny. We're not talking about shoes. So what are your thoughts about this? It's a really important issue at the moment in Germany and in other countries. Religion. It's just time to sit down. Like, make it feel your body. It's a really important issue. The second. We're thinking of soi, we're talking about how to get your body. So I can go down? Yeah. 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 Ich kann nicht antworten auf Ihre Frage, weil ich nicht ein bisschen verstehe, denn du bist zu weit entfernt, und es ist so schlecht, also ich weiß nicht, wo es geht, aber ich weiß nicht, was es ist eigentlich? Ich weiß nicht, wenn du sagst, wenn du dich an das, wenn du dich an das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber hier ist es sehr schwierig, zu bezeugen, weil es sich nicht so wichtig ist weil es nicht so wichtig ist, aber es ist wichtig, wenn wir singen, es ist eine Sache für viele Menschen, in der den Kollektiven, aber es gibt noch keinen, aber wir meinen, Und ich denke, es ist so gut. Und jetzt ist es gut. Warum hast du das? Ich fand es sehr interessant, wie viele Menschen... wie viel Angst hat es gegründet. Und ich fühle mich, dass ich es in anderen Menschen auch gesehen habe. Einfach Angst. Und ich wollte nicht mehr participate, weil ich nicht mehr so viel Angst haben. Ich habe Angst, mit der Drie Force. Ich fühle mich mit jeder von Ihnen, denn wir sind hier für die gleiche Grund, für Dokumenta 40. Wir sind künstler, wir sind sehr kreativ, vielleicht nicht mit unseren Händen, aber mit unseren Händen. Also, ich denke, warum es so schwierig ist, wenn wir uns in eine Gruppe openen, denn wir sind hier für die gleiche Grund. Und alle waren hier für die gleiche Grund. und wir sind hier für die gleiche Grund. Und wir haben hier für die gleiche Grund. Und wir können das nicht tun. Und wir können das nicht tun. Und das ist so schwierig. Wie können wir das Welt zu ändern? Wie können wir uns selbst ändern? Oder wie können wir unsere Umwelt ändern? What do we mean by what is connected to? You could sit here for 1h into nothing and we are still community. Excuse me, I don't understand. So, I mean, it's not the problem to sit here for 1h into nothing, we are still collectively connected, not killing each other or in fights, so it works whatever we do. I mean, we are just humans who behave naturally all the time. Ja, aber sie fragt eine Frage, warum ist es ein Problem, dass wir für die falsche Gründe machen, dass wir etwas machen. Wir sind individuellen. Das ist ein Problem, dass wir die falsche Gründe machen. Was bedeutet, dass es sich selbst bedeutet? Dass es sich selbst bedeutet, nicht zu Angst zu sein. Kannst du es jetzt tun? Was? Ja, ich bin selbst. Ich bin. Ich bin. Warum sind die anderen nicht? Sie sind. Aber wenn du fragst, wenn wir hier sind, Nein. Ich denke, du sagst, warum ist es so schwierig? Oder warum ist hier in der Gruppe, in dieser Runde, solche Probleme? Nein. Dann bin ich nicht. Ich bin selbst, weil ich viel spreche. Ich finde, es ist einfacher zu hören, wenn du auf der Grund stehst. Weil der Junge aufsteht und dann zurückkommt. Und er ist nicht mit den Wurzeln. Ich fühle mich. Ich weiß nicht, ob es ist das. Ich weiß nicht, ob es ist richtig. Was passiert mit den blinden Menschen? Und die blinden Menschen können blinden nicht korrekt werden. Aber ich bin nicht blind, ich mache Kontakt mit Menschen, und ich sehe in ihren Augen. Ich bin nicht blind, jetzt. Wenn ich blind bin, bin ich mit meinen Händen oder mit meinen Händen. Aber dann meine Händen sind besser trainiert, zu hören die Emotionen, ich denke. Und die Voisen. Jetzt möchte ich die Leute in den Augen sehen. Und sehen die Emotionen. Connecten mit Menschen. So much. So much. So much. So much. And we play. I like it. But now it's enough. I would like to have some sense. It's got a theme. A sense. Or we can talk about it or something like that. But I don't know which. It's very difficult to find what is worth talking about. Or what is worth doing. Or what can make the group go a step forward in these situations. And yeah. I understand this anxiety. If we're doing it right. If we're going in the right direction. But there is no right direction. So. Yeah. And maybe today. It got a little bit more playful. Than it is supposed to be. But still. I think it worked fine. And many times that we wanted. That we felt that. The situation must change. And we were. Okay. Now we have to change it. Somebody. Yeah. Somebody took over and changed it in the direction. That we all thought that it should change. And this was very good. And also. Yeah. Everybody was participating. Everybody was engaged. But of course. There was. There is not. Yeah. There is not a common goal. Or a common direction. The only goal is. I don't know. To. Be. With each other here. For this hour. And see how it goes. But. Yeah. That's what I'm saying. That's what we try. But. What I. Gather is like. There is not. Really. Yeah. There is not. Yeah. Actually. I don't know. Who said it? You said it? No. You said it. Yeah. Talking about Muslim women. And the. Yes. And. Talking about. I don't know. A social subject. We have. I have noticed. That. These subjects. Are the. When they come up. They are. Like subjects. That divide us. Very much. But this is good. Actually. I mean. Of course. If we do like that. And we say. And we sing a little bit. It's not dividing. It's not. It's not. Also. But it's not. Also. So important. Yeah. Actually. Maybe you can. I. I. . We are trying. To check out. Ich glaube, heute haben wir einen Weg zu weiterentwickeln, um die Schöne zu verabschieden. Wie gesagt, in den Momenten, in denen ich mir gedacht habe, es gab immer jemanden, die die nächste Frage stellen und die einen Schritt weiterentwickelt haben. Und es ist sehr klar für mich, wieder einmal wieder, dass ein paar Menschen nicht zum Beispiel, wegen ihrer sozialen Kapazitäten und ein paar andere Menschen haben weniger Möglichkeiten. Entschuldigung, ist das ein auf-forsche attempt, um eine Dissonanz zu machen, um total zu sagen, was passiert? So, first of all, the fact that the singing was far more dividing than a political conversation. The singing was very dividing, because it created a lot of anxiety, and it created a clear division between those who socially engaged with it and those who might have or might not have, but engaged with it, but didn't want to. And this, I mean, unless we have really, I mean, wouldn't happen at this art event perhaps, we have to have very different education levels maybe, then maybe this Muslim discussion would be very divisive, but mostly it looks divisive on the surface. But I don't really understand the solution. Is there any Muslim? You don't know? No. No, the achievement. Yes, yes. That is a topic, of course you're right, a topic of religion. I was just thinking about the things, and where, for me, that is the question, where is our society going? Is it rather going to a we-community or an I-community? I'm raised by an I-community, raised by an I-community. We're individualism, my own show ourselves, I am a person who makes me happy, are the broad values of it. And my parents are already collective, and my grandparents are really into a collective society. And I think that are topics that are interesting to us, because we're many different generations here from different communities. So that are topics that are interesting. Can we raise hands who they think that they are from an I-culture, and who they think they are from a we-culture? When I family or what I mean, there are negative tendencies in our families, in our relations. I'm not sure if that's not. I mean, I understand the point, but I think it would be more helpful to a foreign community, like, to communicate about what we are.